Hallo, da ist wieder euer Hirpi. Ja, der Hirpi, der hat ja fleißig weitergespielt und freut sich schon wieder auf heute, dass er weiterspielen kann. Also wirklich, der Hirpi, der ist echt glücklich über sein kleines Ort. Da ist eine Schildkröte. Ja, also wir bauen heute erst mal das Häusle zu Ende. Da fühlt sich der Hirpi wohl, wisst ihr? Ja. Also hier haben wir gedacht, ein Balkon dran. So. Ein Lösch wollte der Hirpi doppelt sichern. Hm. Oder man kann außen ringsherum laufen. Das ist natürlich ohne Schlecht. Aber eigentlich... Ja. Äh. Ach man, da kann man so viel bauen, dass der Hirpi gar nicht weiß, was er zuerst bauen soll. Hm. Oh, das war's schon wieder. Ja. Auf jeden Fall will der Hirpi da einen Balkon haben. Huch, ne. Das wollte ich schnisch. Hier war's. So. 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 Wir machen Fenster hier oben. Ist die Wand seltsam gesetzt? Ja. Wahrscheinlich. Guck mal. Hm. So. Ja. Okay. Und äh. Weiter geht's. Unerschrocken. Fiberhammer. Aber da können wir noch ein bisschen sammeln. Und dann komm ich mal Tetsch. Ja. Und gut. Schwupp. Eine kleine Festung zu bauen. Vor allem wenn Schlangen durch die Wand glitschen können, da können wir ihn ja dort verwunden. Ach, das ist ein Affe. Leute, jetzt hat der Hirpi auch gedacht. Was ist das denn? Die kriegt man eigentlich durch, hä? Kleiner. Hm. Also mit Taming muss... Muss der Hirpi sich noch beschäftigen. Da hat er doch keine Ahnung. Oh nein. Hä? Was ist jetzt? Doch. Die Tonne ist automatisch zugegangen. Ja. Ja, Mensch. Das ist gut. Hat der Lobby schon gedacht. So. So. Ja. Der Beam, der hat ja schon wieder angekündigt, dass bald seine Map hochgeladen wird. Sein Community-Surfer. Aber ich glaube, der Hirpi, der wird ganz schön Probleme haben. Wisst ihr? Weil... Weil... Naja, seine Grafikkarte ist jetzt nicht so super gut. Schon gut, aber nicht so super. Da weiß ich nicht, ob der da so hinzaubern kann. Wisst ihr? So. Was braucht er? Gut. Wahrscheinlich. Na los. Ja. Kann man schon wieder reparieren? Ne, kann ich nicht. Also müssen wir erst mal jetzt ein Flint holen. Mal auf einen Stein klopfen. Ist das ein Stein? Oder... Oh, jetzt ist der Hirpi aber vorgeschwindet. Was ist das? Äh... Äh... Ja, da ist ein Rochen gerade vor der Nase von Hirpi gestrandet. Aber das ist ja schon wieder... Toll. Oder so. Na dann, äh... Kann der Hirpi jetzt das reparieren? Oder nicht? Ja. Ja. Perfekt. So. So. Okay. Der Hirpi kann abbauen. Also wir kriegen wieder Öl raus. Von Haut vor Haut. Das ist gut. Das ist gut. Und keine Schlangenhaut, sondern richtige Haut. Ja. So. Äh, ja. Dann geht's auch schon weiter hier. Schwupp. Der Hirpi will hier oben weiter bauen. Also der Hirpi überlegt wirklich, ob er hier nicht außenrum... Also erstmal drinnen zu Ende bauen. Ne? Sieben. Aber erstmal müssen wir das wieder verbauen hier. Also... Acht. Nee, wieso geht das nicht? Das ist schlecht. Nee. Hä? Wieso krieg ich schon das da nicht dran? Hm? Hm. Na gut. Muss ich doch noch nie was anderes einfällen lassen. Sind wir jetzt an dem Stein vorbei, oder? Hier geht's auch nicht. Ist da irgendwas? Da geht's wieder. Hm. Das versteht der Hirpi jetzt nicht. Aber ich kann doch nicht einfach was vergessen dort. Wisst ihr? Ja. Also was ist hier auf der Seite, dass das nicht funktioniert? Hm. Na ja. Das ist seltsam. Und dann fahren wir die. Dann fahren wir das noch gern. Das ist so. Und dann können wir das dann nochrymieren. Dann outrunken wir den Haken, das wäre schön. Okay, mach ich mir mal. Na dann, äh, ja, müssen wir weitermachen. Jetzt brauchen wir viele, viele Wände. Brauchen wir ja viele Wände. Okay. Da, da, huch. Oh, da, Hobi baut gerade, da geht's nicht so schnell. Oh, der Mond sieht so schön aus. Äh, äh. Ja. Wieso geht das hier nicht? Oder, der Hör muss die Tür nochmal abbauen. So, also, um das zu machen, was braucht man denn da? Äh, was ist das? Doch, seht ihr? Wood und Fiber. So. Wood und Fiber. Dann haben wir schon mal, ach ne, das ist ne Kleinpingpick. Ja, das wollten wir ja gar nicht. Was ist das? Ne Laterne. Ah. Zum Grabeln. Ja. Aber das wollten wir gar nicht. Wir wollten... Das wollten wir mal, das hätten wir doch schon lange machen können, ja. Was nehmen wir denn da? Wir brauchen eigentlich beides. Wir brauchen mehr Metall. Und dann kriegt der Hobi mehr Metall raus. Mit dem hier, hä? Kriegt man da mit mehr Metall oder da? Ach, der Hobi wisst es nicht mehr. Na ja, wir machen erst mal das, und dann gehen wir noch Metall rum. Ha, vielleicht haben wir ja auch Metall noch im Schrauben. Schauen wir mal. Ja, da haben wir Metall. Noch irgendwo... Da ist auch noch Metall. Doch, das sieht doch gut aus. Also, die kommen wir hier rum. Also, wir brauchen hier drin nichts, hä, Leute? So, Metall rein, bitteschön. Was ist das? Und ja. Nochmal das Ganze. Boah, jetzt können wir auch Sischeln machen. Oh, da gehen die Dinge doch viel schneller, Leute. Ja, da ist der Hobi jetzt happy. So, also, das Sischel. Der Axt. Und das hier. Mensch, Leute. Jetzt geht's auf ein neues Level los. So, was kann man denn da noch machen? Achso, das haben wir hier. Eine Schere. So, da können wir uns wahrscheinlich eine coole Frisur machen. Holen wir das mal. Okay. Na ja. Ein bisschen Spaß muss sein. Ne? So, jetzt haben wir eine Schere. Mal schauen, ob wir da was ändern können. Sieben. Huh. Kann man das bei mir auch machen? Ah ja. Schaut mal an. Der Hobi sieht eigentlich so ganz gut aus, aber... Na, das sieht kacke aus, he? Wobei... Das sind Treppnuchs, he? Aber das kann aber auch lustig aussehen. Haarlänge. Kurz. Kurz ist doof. So ist auch doof. Ne lang muss schon sein. Den langen Haarkoller. Der hätte ich gern wieder verändert, ein bisschen. Heller noch. So. Was gibt's noch? Ja, cut. Kann man das ändern? Ja. Na los. Wir machen den Trepploks und gucken einfach mal, was passiert. Ist ja auch nicht schlecht. So. Da kann man zwar noch nicht so viel machen, aber wer weiß, kann man sich vielleicht kaufen. So. Der Hobi kann jetzt besser farmen. Äh, sechs. So. So, und die, was haben wir noch hier, die Türen und die Seelings. Achso, die Tür kann ich schon mal hier reinbauen. So. Ui, hab ich das jetzt hier offen gelassen? Ja, wahrscheinlich. Da hab ich wieder. So. Sieben. Und. Ja. Ne, wenn das so ein Schlüssel ist. Äh, fünf. Für die Dauer. Ja, da kann man da wieder Fenster... Aber das will der Hirgi noch nicht. Er muss erst mal herausfinden, warum das da nicht snappen möchte. Was ist da? Das wird die Schwachstätte sein. Hm. Warum will das nicht snappen? Okay, also da bauen wir schnell mal weiter. Ja. Okay, probieren wir mal, warum das Problem an der Tür so ist, wie sie ist. Wir reißen mal die Wand hier weg. Äh, demolisch. Okay, und... Demolisch, die Wand. So. Jetzt muss es aber gehen. Acht. Ja. Also Leute, das war nur ein Problem. Da. So. Das ist schon eigenartig. So. So. So, und... So. Also ist halt nur die Ecke dann hier so... Wie sie ist. Ja, da hat der Hoki jetzt ein Ding zu fehlen. Aber da kann man das ja hier hin machen. Hier hin oder da hin? Also da kann man schöner hochkommen dann. Ne? Da bauen wir nämlich die Tür dann... ...da vorne mit hin. Also sechs. Fünf. Ja. Na, Mensch. Na ja, so. Und weiter geht's. Geht das nicht? So kann der Hoki hier keine Tür hinbauen. Hm. Das will nicht gehen, schaut mal. Ah ja, vielleicht geht's nachher. So. Aber eigentlich müsste das funktionieren. Wer will's nicht machen, guckt mal. Vielleicht müssen wir jetzt das hier vorne weg machen. Und dann macht er's. Ja. Schauen wir mal. Und dann macht er's. Hm. Schauen wir mal. Jo. Jetzt macht er's. Hä, das ist ja wieder mal komisch hier. Hm. Jetzt macht er's zu. Und. Jo. Jetzt macht er's zu. So. So. Da ist's jetzt zu. Hier rein. Ich muss hier rein. Hä? 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 Komm ich hier nicht durch? Hallo? Das ist aber komisch. Wenn die Tür offen ist, dann kommt man nicht durch. Wahrscheinlich. Na ja. Dann muss man halt die Tür immer wieder zubuchen. So. Ja. Sechs. Und vier. Da wird der Hobby ja eigentlich noch raus. So. So. Und was macht der Lobby? Hier geht er auch raus. Tee. War doch jetzt richtig rum, oder? Ja. So. Moment. Dann machen wir erst mal jetzt das andere. Tee. Tee. Wieso nicht? Das hier auf jeden Fall. Ist das das Richtige? Ja, ich glaub schon, oder? Hä? Hat auch Moppy das jetzt richtig geballt? Ja, irgendwie schon und auch irgendwie nicht. Moment, ich muss schon noch was finden. Wisst ihr? So, jetzt können wir ja wenigstens schauen, was hier passiert. Also, wenn der Hobi jetzt das Dach setzen will. Das ist falsch. Nicht, nicht, nicht. Auch nicht. Auch nicht. Aber das wäre das Richtige. Ja, das wäre das Richtige. So, und jetzt haben wir das Ziel links. Sieben. Und da wird der Hobi eigentlich... Hm. Hier hoch war's da. Doch nicht da hinten, sondern hier vorne auch. Ja, da kann man ja so viele schöne Sachen mitmachen. Leute? Das nenn ich doch mal zu, hm? Ja. Ach. So. Ja. Jetzt da oben noch ne Leiter dann dran. Hey, und das passt. Yay! Jetzt nur noch die Leiter oben dran befestigen. Wo haben wir die Leiter? Ja, da wird die doch auch reingetan. Jetzt hoffen wir mal, dass das funktioniert. Wisst ihr? So. So. Und dann müssen wir noch Türen herstellen. So. Eigentlich will der Hobi die Leiter an dieser Stelle haben hier. Mal gucken, ob das geht. Acht. Ja. Ja. Ja, da hat das grad funktioniert. Wow. Ey, das funktioniert. Hobi ist oben. So. Von hier aus kann er auch... Ja. Den hier sehen. Im Schreck guckt ihr da mal der Nebel. Da sieht man ja gleich gar nicht. Ganz schön dick. So. Der Hobi lockt an dieser Stelle jetzt mal aus. Und dann fahren wir noch die letzten Türen und so. In der Hoffnung, dass das dann was wird. Also, bis gleich.